What the fuck? Ganz nobel heut hier, ja. Nobel Schröde. Müssten wir nicht alle hier haben? Da hinten ist noch einer. Nee, das ist der Bücher, Regal, Ständ, Gelöt, Leuchter. Hä? Wo könnte hier noch was sein? Cool. Sag mir das mal. Nee, 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 erst mal. Hä? Bin ich blind? Ach, wisst ihr wat? Darauf geschissen. Ach, da oben. Okay. Ey, manchmal bin ich echt komplett blind. Nicht hart. Hi. Oh. Ich mein natürlich, hi. Nee. Ah, der wird mich treffen, wenn ich jetzt hingehe, ne? Ja. Die hab ich da怕. Wie denn die Leute haben alle alle nun apostlesrappern, nur bis heute Abend absplementen? So, wir sind auf der anderen Hand. Euch beide mal schnell runtergemacht. St vịнитеbros Story Maths Goldene magische Essenz, okay. Nehme ich. Einen Ring nehme ich natürlich auch gerne. Präzision des Ritters. Nein, 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 nein. Kisten. Natürlich Bücher. Was auch sonst. So, mit O. Präzision des Ritters, weil der kritische Nahkampfangriffe um 3% erhöht. Stecken wir mal weg. Ich weiß nicht, wie viele Finger wir noch frei haben, hätte ich gesagt. Vielleicht können wir auch alle Ringe anziehen. Okay. Stark sind die jetzt nicht. Ey, was? Ey, ne, das war jetzt echt lächerlich, muss ich gestehen. Absolut lächerlich. So, einmal getroffen. Zweimal getroffen. Und... ...tot. Was? Der war noch nicht daut? Nein. Jetzt aber. Gut. Noch ein Herzilein für mich. Oh. Wow. Roll des Arcanshocks mal 3. Ganz viele... Oh Gott. Den darf ich nie vergessen, du. Oha. Wenn ich den jemals vergesse, ey. Hier ist auch noch einer. Mann, Mann, Mann. Ausleuchtung. Alter. So viel Ausleuchtung. Studier. Ruhe erwünscht. Äh. Ich glaube, die Ruhe kannst du vergessen, Keule. So. Da oben ist nichts. Und da ist auch nichts. Okay. Gut. Dann... ...würde ich fast sagen, gucken wir noch mal hier unten rein. Ach so. Doppel-Axt. Oh. Ach so. Doppel-Axt. Yay. Und noch mehr. Ja, kein Schock, Alter. Ich glaube, wir haben jetzt 5 Stück oder 6. Und wir haben fast ein Level ab. Und, hallo. Wer wartet meine äterne Meditation? Mein Name ist Jean-Luc Picard. Und ich bin einer der dunklen Servanten von Harnakon. Ich komme vor dir, um deine Magie zu sehen. Wenn du bist Jean-Luc Picard, dann sag Hallo an der Crew der Enterprise. Aber... Aber... Wie wissen Sie über die TV-Serie? Ich erkläre es ihm. Rick? Ist das wirklich du? Was machst du hier? Du... 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 Von welchen Wästen könntest du eine schwarze Feather und schwarze Inke bekommen? Dich. Ich werde noch mal kurz Farmen und Level Up machen. Ja doch, das werde ich machen. Hallo? Oh ja, das ist F5. Ich muss F9 drücken. Oh, ich habe hier noch einen Gang entdeckt, den wir noch nicht hatten. Das ist praktisch, denn... Hi. Entschuldigung, der ist mir so ausgerutscht. Ganz normal hier. Rollman. Bibliothek beleuchtet. Tja, Phasentür. Achso, das ist diese eine Schriftrolle. Alles cool. Gut. Ihr könnt mich nicht täuschen. Guckt euch das an, ich bin super. Arcan-Immunität noch mal ein bisschen was gefunden. Perfekt. Vielleicht hilft das uns gegen den Wächter. Level 10 erreicht. Jaaaaaah. Super.